Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Psalm 3, Vers 7 Dann kann es ganz ruhig sein, ganz krass. Wenn Gott einreiebt, dann bleibt keiner mehr stehen. Er kann sehr, sehr mächtig einreieben. Er wird dann nicht sachlich empfohlen. Er hat eine lange Geduld. Aber wer sich immer wieder in der Stadt war, wenn Gott dann einmal losfohlt, dann ist es auch sehr schlimm. Wodurch gibt es auch für uns eine Warnung. Die Bibel sagt, wenn Gott unsere Feindstrafe gibt, sehen wir uns nicht darüber freien, dass Gott nicht jeden uns auch unmöglich wird. Es gibt dort eine Sache zwischen einem und unseren Feind. Gott hat uns versprochen, heute wird die Feindstrafe. Und wir sehen uns nicht reichen. Wir sehen, dass er in seiner Hand aufhebt. Und wir haben manchmal so eine kleine Freude, wenn er unsere Feind schlacht hat. Na, sitz mal, sitz mal. Das ist das, wenn du so und so ihr tun hast. Und dort gefällt Gott nicht. Das wird Gott gar nicht von uns wählen. Er wird wählen, dass wir uns verabschieden, die Menschen haben das aufheben, er verspreche, die Rechte schaffen. Aber wenn er sich verabschiedet, andere Menschen, dann sehen wir uns darüber nicht freien. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Schuld um die Rechte gedrohen hast. Und du hast mit uns so viel Geduld. Aber du hast auch so viel Geduld mit unseren Feinden. Und vor allem wird wir wollen, dass du euch angerufen hast. Wofür du angerufen hast, Gott, helf uns, dass wir uns dann nicht darüber freien. dass wir uns beheben für dich, in dich allein anbeten. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde im Mundo de hoy. Töp mag wie der Name Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info arroba jesusresponde.com Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.